Guten Tag. Heute ist Ihr Glückstag. Ein Bestellzettel für die Schrift X. Daran steht, wie Sie und Ihre Frau die Wonden der körperlichen Liebe genießen können. Was Mann und Frau wissen müssen. Sexualberatung für Ihre Ehe. Ziehen Sie mal schnell weiter mit Ihrem Schweinkram hier. Also ein bisschen Wissen hat noch nie geschadet. Haben Sie zum Beispiel nur Sex, weil Sie Kinder bekommen wollen? Oder bekommen Sie jede Menge Kinder, weil Sie von Verhütung keine Ahnung haben? Ja, jetzt reicht es aber. Machen Sie, dass Sie wegkommen hier. Vielleicht interessiert es ja Ihre Nachricht. Das ist ein anständiges Haus. Die sollen hier verschwunden. Entschuldige, Sie mal. Hallo!